und diese eine spaß also der eine typ da der ist halt nicht so diese leute diese leute mit dem renk gespielt haben die sind der der einheit einfach ohne ohne sonst gefahr hätte auch so genannt ja ja ist doch geil weiter ha scheiße punkte die punkte seid ihr da rein ja wow 50 punkte da bringt es mir recht viel vor allem das war irgendwie diese anmoderation machen oder das heißt was wir nehmen auf na das kann nicht sein da musst du dich hören ich bin absolut in drei nein du nicht sterben darfst unser bester spieler das handy da ist keiner da rufen was war das da habe ich mich schon mal an absolut allemal okay das hat keinen sinn ergeben ich gehe hoch warte ich schieße kurz auf soll ich soll ich mach da ist irgendwo der der dings hier ist als der ich hör als den den echo irgendwie aber wahrscheinlich werde ich immer geholt wo der echo ist jetzt in on spot nein da kommt es mir auf wenn sie nicht mehr aufmachen die leute auch wir haben das schon geändert dass man nur noch drei das jetzt das war das ist erster fest mit der mit dem neuen richtung der rückstoß geht einfach nur wer nach oben und nach unten weil da das ja absolut weg ich werde ich schieße ich versuche ich werde ich versuche kann jemand ein schild platzieren ja ich schild so ach fuck ich bin dings die sind hier schon was was ja da 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 nein 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 da 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 ja habt ihr sprengladung wo hier hallo hier twitch 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 oh mein gott der hat es der da vorne geht nach unten der geht nach unten ihr wisst nicht was dieser recruit gemacht hat was denn der war nicht mal der hat einfach durch die wand so geschossen und mich direkt geholt macht auf jeden fall sinn obwohl er war hier da wo da wo ihr grad seid da wo die du grad bestimmen hätte sens aufgemacht hat einfach durchgeschossen ach du scheiße sind die schlecht ja gewinnt bitte ja wie kann man nur so kacke sein alter backbar jetzt können wir nicht mehr aufnehmen oder was war getebar entfüßte entfüßt was hat das hat ja ich dachte was ist das was ist mit dem tag macht so ist keine ahnung aber er war wieder so rüber gezogen dass also in dem sound jetzt punkte ich bin trotzdem vorletzter tobi der markierung ist weiß wieder mit 1 2 hat er wieder zweiter ich hab ich bin gut fikt euch nein doch nicht während ich diesen potato einbände mache ich so ein fuhrzug die ganze zeit so welchen potato ja ich hab gerade die final kickern so potato was heißt das kann es sein dass du dumm bist oder sowas naja und diese folge kommt auch übrigens kein ringt weil die ich weiß es sind erstens vielleicht gar nicht mal alle da und zweitens habe ich gerade mal wieder keine zeit ist aber nicht immer eine ausrede sein ich glaube aber beim nächsten mal schaffen wir es oder ja leo und ich bin jetzt auf dem spot und was die haben es gemacht dass man oder doch bitte nicht was denn wir haben das gemacht dass man da nicht weiter kann wo du kannst hier oben wo ich bin ich weiß aber nicht wo du bist ja du bist echt das ist mal lang hä von wo war der denn wo war der mein aim alter tschau tschaui maui karotti anotti falle bring doch mal raus bitte auch spaß euch damit sogar geht was ey das habt ihr er hat so ein glück immer sterbe nur durch glück von fast da er sprayt einfach wieder da durchs fenster weil er sieht jetzt rein ist doch nicht euer ernst jetzt hab den kapital wieder so potato junge alter leo ich habe mich gerade echt erschrocken das war ja klar dass ich mal wieder keinen geholt hab was ach so du hast 100 leben ich dachte gerade eine sekunde so rechts im klo da ja geh rein und jetzt sein ey frag wo da war eine frostbete du hast gestorben ich weiß ich wollte die eigentliche nein nicht ich hätte bestimmt noch wetten wegen dieser scheiße ich hätte einfach eingehen können ja ich habe in der folge einfach potato meister leo kann ich nicht kicken alter scheiße tja satz mit x das war wohl nix war was ich nicht verstehe warum habe ich keinen eliminungsassist gekriegt für puls letzte runde aber wie ist es dich 30 wesentlich 31 alter lol was ich hab da oben die wand aufgemacht nicht so nice lass mich doch mal durch man ja ok dinger chill doch ne chill du deine base ja also halt dein maul alles bleibt so wie es ist es ist obst im haus hast du immer die größte vom kinderzimmer angesehen ich geh badezimmer der hohe ton ist bei uns gang und gebe kofferraum was für kofferraum was für kofferraum ich geh doch ansprach wie man nur eine runde wenn ihr aufnehmen ja lol was ok hey ok leute eigentlich nicht kacke aber ja ja doch in weit ist er in weit kackt er jede runde rein ähm blitz direkt am angang da da aber ich bin zum fall was mit meiner an da wenn er die rechtseite und dann reinfiegt da ist er tot äh äh liegt ich weiß das war aber das war aber oh alter das war nice ich hab ja wenigstens hab ich äh ja es ist gemacht also mehr oder weniger deswegen easy wie ich will ich einfach mal sagen es hat euch irgendwie provisorisch gefallen das wird alles nächstes mal noch besser schaut auch beim nächsten mal wieder vorbei schaut bei neo vorbei steuerung escape du hast keinen ne kanal mach mal bitte einen ja kann ich es gerne machen bei 5 likes macht er bei 6 likes macht er natürlich 1 kanal und ähm hätte ich bekommen hätte ich es gerade gemacht habe ich es auch nicht bekommen scharf lasst auf jeden fall ein like da lasst ein abo da und sonst noch rein bis zum nächsten mal und tschüss tschüss tschüss